Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Pro Club von den APK Gaming Pros, wieder mit dabei ist, und hier ist der Pierre. Servus. Und hier ist der Alex. Und hier sind wir mit dabei, der Popocon, Chris, der BoaTV, what-o-ever. Äh, ja. Der Link dürfte dann von seinem Kanal, dürfte weiter in der Videobeschreibung entstehen. So, go. Ah, oh, oh, oh. Ja, ich hab noch vorher gerülpst, bevor ich dir jetzt aufgenommen habe, aber du rülpst natürlich mittendrin. Egal. Ich bin der Pierre, ich hab kein Benehmen. Alter, ohne Scheiß, irgendwie jeder Gegner von uns heute meint wohl, er müsste Dings machen, er müsste irgendwie reden über Scheiß PSN. Ich kann nicht mal Tricks in der Arena. Fünf Gegner, der hat vorgeschrieben. Ja, haben wir. Chris. Okay, egal, die nehmen wir trotzdem aus dem Dachregen. Gesammelt hab ich mit, oder hat er dann... Hat er dann für Omen? Äh, ja, solange jetzt nicht kommt mit, äh... Ja, weißt du was ich meine? Dann ist's mir egal. Bei mir ist er irgendwie... Na? Wie hat er... Sisu oder Sisu oder keine Ahnung. Egal. Oder war das bei uns? Lied war bei denen. War bei denen. Aber bei denen... Aber bei den Heiz, aber auch... aber auch in, aber auch in, aber auch in, aber auch in, aber auch in der Alex. Ja, es mir muss. Ah, Scheiße, ich bin der Klo gerade weg. Also ne, Popo... Äh, ja, das ging gerade weg. Im Abseitsstand sonst. Ist mir her zurückgelaufen. Äh... Irgendwie bin ich grad voll motiviert. Echt jetzt? Ja. Du nicht mehr? Niedergeschlagen, ich wahr? Na, bisschen. Aber geht. Oh... What was that? Oh, genau. Oh, genau. Oh, genau. Oh, genau. Oh. Schade... Ok... Ich hab die Auge, Brotverwatt unter anderem. Logisch. Abseits, oder? Ne, doch. Nein. Der kam ja aus, aber auch schon die Exaktion wahrscheinlich. Oha. Oha. Also, es sieht so aus, als wäre es ein stürmerisches Spiel. Weil wir haben ja auch vorne mal ein bisschen was gemacht. Nice. Hier. Ah, kaka. Hier. Hallo. Gruppe. Christoph. Einiger über die ganze Zeit, wo wir schon kommen. Ja, das macht man, Bruder. Unspass, das ist ja unnötig, dass das zu mir weiter passen könnte. Stattdien, du bist immer du bist immer, der ein so geiler, so geiler, so geiler, so geiler, so geiler, läuft. Stimmst du zu mir? Ja, wir müssen mehr an Teamspiel wieder denken, und sonst ist es klar, warum wir verkaufen, wenn ihr seine Ego-Nummer schiebt und es bleibt. Ah, komm. Genau. Ja. Alter. Was für ein Schuss, ey. Hohoho, hohoho. Haben die ganze gekämpft gemacht, oder? Ja, ich glaube, die ganze Zeit. alle oder für die Saison der Form der Saison und ein bisschen Herr Obring schießt es so leise ist ja und es ist vielfältig die Zitulung immer weg hat sich die Spiegel die ich auch manchmal also ich nicht mehr die Kippen Ball aber läuft er ab ich bleibe davon und es alle in den Läden gehen ein freien Raum laufen die Prüfung da kommen jetzt viel viel mehr nicht mehr dieses die Rennen zu fehlen muss viel mehr passen hier um oben oben er hat mich auch schon die Kupf sind aber auch die Verkürzung der Mann ohne Scheiße sind Versuchsgeist mit Köpfen Mann 1 direkt annehmen und versuchen draufzuschieben erst annehmen und versuchen draufzuschießen ich hab mich nicht so geschrien wenn der reingegangen wäre an aber Ballverlust immer ein cpu ja klar ja jetzt bin ich einfach mal von alleine an ich hab gar nichts machen kann ich drück und drückte und schmuck mal wo war es von uns der hessigen müsste alle gemeint auch uns ja genau Torwart gut wie der eine dasselbe Krummler denn die ganze Zeit du kannst du nicht auszunehmen aber hat schlecht zu trinken die Treppen kommen der Schilder Prämio-Axtoß-Wemer die erstmals entgegnen Alter ohne Spaß erstmals für die Mein Kampf zu mir angehört ja er und wenn man es mehr gehört zu werden 9. und war zu können und der wird dort schon gedacht der Torwart das kann kommen kann ich erfährt das wäre ein Grund und wird vor das wäre ein oder ja genauer spielen und im Moment ist zurück ich weiß nicht sorry, aber ich habe keine andere Möglichkeit gesehen, ich gucke euch, der nimmt ein bisschen das ist ein 2 Meter großer Torwart, äh, schwarzer Torwart mit sorry, was soll ich ausmachen, außer draufschießen wenn da von der Seite auch noch zwei kommen, die gleich mich erreichen oh, Popo, komm, man, ohne Spaß egal, halbzeit nur nur diese Latten die haben natürlich mehr Wahlbesitz, 3% ohne mehr Chancen ohne mehr Chancen der geht erst mal so als wir ja, ist halt so, wir sind halt Lappen, wir können nix jetzt dacht und er findet den xd auf selbst wenn ich nicht weiß, wenn gia's fünf Stück sind und dann dauert erst mal drei stunden bis alle mal gecheckt haben. Oh ich muss die auf x-drücken Mama Mann Nilschen ja Jo Schreifst du 3 Stunden spät? Ninger erst mal Yo 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 Scheiben Loll Ich mache schon mal ein Film nach Geräuschen Dein Stuhl hm Ah komm wir sind mal die Na deine Mama beim Sex Alter fuck you Ah geil Was Poromi Oh Gott Wie schlecht Noch nicht mehr Wir haben unsere Gegner auch nicht mehr Die tun nur so aus wenn sie es Machen halt irgendwelche Lappentore Kommt Boah passt doch mal mehr Mann Und ich heißt Christus fast viel zu wenige in der Zeit Kommt Köpf Noo Lappen Noo Lappen Oh Gott eine Reaktion Ja vor allem wie ganz es gedauert hat Bis du dir ausgewählt hast Kommt Noo Lappen Noo Lappen Das war rissiger Schreif Und das wird zu Recht Das ist doch einfach nur verarscht Er hat gerade gewissen So schlecht kann doch keiner sein oder Einfach Ball annehmen Torus Frey draufschießen Nein Nein Scheiße Sorry war meine Fehler jetzt Ja Fehler ausgebadet War ein bisschen zu hektisch oder Nein ich wollte einfach passen Nein ich wollte einfach passen Oh Gott Ich kann das ja auch jetzt mal schreiben Mößen Künstler und Schleim Schüttler Schüttler und sie alle sprechen Ja gut Und ich will hier ist es schon scheiße Nach dem Spiel hat ganz kurz lecker hatte Lauf Flanken kommt immer so kurz Kannst ja nicht jetzt Wenn du beim nächsten Mal Genauso auf lädst Und dann flanzt Kommt dabei direkt perfekt Das ist immer unterschiedlich So behinderten FIFA Oh man ist komm Kein Torcassi Oh das sieht nicht aus Wie sagt man kommt kein auswählengrad Alles in der Knochen von Ball Mann macht doch flach So hoch Mann Unbeschädig Jedes Mal an das Leben wird gesagt dass du sowas und im Schuss eben grad Viel zu weit In der Hand Fick den Müggart Oh man Null 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 Schon wieder Ja Ach komm Lauf Wum läuft der denn mal bis außen Ja man Ja Ja Ich wollte es gerade wieder dissen Also ich weiß nicht was Ja ich weiß schon Oh Halt Wie übersteuert er sorry tut mir leid Das ist so übersteuert jetzt aber Richtig so Aufschläge oder City ja so gut Götter Beig Egal kommt jetzt Es ist ja nicht so dieses Tor kaputt machen weil du nicht läufst ja, du willst mir da ja, sorry, zwei Karten war klar, dass ich so spiele ja, eigentlich hat sich doch, natürlich, hat sich doch angedeutet aber solltet aber neben dem Ball her oh Gott, ey, was ist das für eine Kack gewesen nein entschuldig komm ströke, es passiert nichts hallo, ich bin gepasst lauf lauf du verfickter Pro von Alex, Mann du scheiße, verfickter Afro holen so, Mann ja, wieder das ist, äh, war eigentlich zwar viel zu schnell aber, also, komm, jetzt mal ja nein was wird das, ey ich hab nach vorne gedrückt, ich schieb da unten hammergeil passen nach unten ooooh ey, oh, ich brauche die A ja, komm, alle persönlich erhängen ja, ich soll jetzt schon mal auf Mord von einem ausbrechen auf YouTube ha, der auf Mord von auf YouTube auszusprechen man kann jeder ist so egal chill der macht auch direkt äh, aber krampf komm, bitte kein kassieren bitte nicht es wird so bitter es wird bitte komm, pro, lass dich wieder bewegen komm, ja oh, scheiße, es war scheiße, sorry ja ich hätte nicht den, ich hätte nicht den, äh, CPU-Spieler mit einbeziehen, sonst hätte mein Ego tun, man soll hier Pia, hier ist alles frei was wird das denn? man, die scheiße, die Bühne, man Alter, wenn wir jetzt kassieren, in den Riesenflug nein, man, nur Lappen hier, wo, ah, egal ja, Mann, wir haben den Sieg wir haben ihn sehr schön komm positiv sehen wir haben einen Sieg heißt, wir haben jetzt schon mal 20 Punkte so jetzt sehen wir es hier auch schön in der Grafik jo, und dann würde ich mal sagen das war ja mal eine erfolgreiche Folge gewinnen, auch ein bisschen wie Lucky-Folge aber waren ja auch gar nicht waren ja auch gute Gegner vor allem hatten die fünf Spiele einfach und Brotowart und so naja, ich würde sagen, das war's und ja, ciao, bis zur nächsten Folge bis zum nächsten Mal